so und hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten folge ich habe gleich jetzt im anschluss weiter gemacht und wir sind ja jetzt gerade eben oder beziehungsweise jetzt letzte woche oder vor ein paar tagen oder wie auch immer schön umgebracht wurden beim holz fällen natürlich nichts wir haben low health low energy und sind in der dunklen höhle trotzdem auf die vorteil ist wir kriegen jetzt höchstwahrscheinlich die flergern hoffe ich mal einfach nichts sieht kann man denn noch ein bisschen ist schon voll mann 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 warum müssen wir auch gleich am anfang so richtig schön von hinten dahin kommen ja sicher das sind alles totenköpfe allesamt hier gab es doch immer was zu essen oh gott was zur hölle was zur hölle bitte spiele hier oh mein gott alter vater ne nein das kann doch nicht sein toll super alles klar perfekter folge start oh gott wir sind ja mal richtig wieder die overprose hier ja gut dann mach mal weiter mit dem ladebildschirm der folgen ist ein in development alpha bild loading als nächstes kommt dann may take a moment loading may take a moment ach so ein scheiß ey perfekt in folge 3 gleich das erste mal doppelt gestorben super alles klar oh loading may take a moment das ist super mann 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 ey bin ich aber wieder obernoop der woche hier aber was waren das auch für gebildet das war irgendwie so vier frauen nebeneinander in form von einer spinne mit vier köpfen zusammengewachsen und acht beinen und hast ja nicht gehört und jetzt sind wir wieder hier toll eine folge für den arsch wir drücken z und schlafen eigentlich könnte ich jetzt immer weiter eine folge hochladen und es ist immer dasselbe was jetzt passiert aber nein das wollen wir ja nicht siehst du auch so gell okay lassen wir es ähm jetzt habe ich natürlich auch nichts zu essen nein ich habe natürlich auch nichts zu essen oh gott der herrn die in den schrecken warum war da auch nichts zu essen und keine flergern und rein gar nichts das kenne ich das kenne ich anders so ein scheiß ich will jetzt was zu essen nichts läuft hier rum eh keine hasen keine fische oder fische 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 nein auch keine fische und rüstung läuft auch nicht durch die gegend nur die vögel nicht mittlerweile essen nein kann ich auch nicht fahr mal wieder super ey der reinste wahnsinn ich kann ja keine rugs mehr aufnehmen ach jetzt ist ja auch unsere hütte weg ey na gut wissen wir jetzt wenigstens dass wir da aufpassen müssen dass wir wenn möglichst wenn möglichst bitte wenden ähm nein dass wir wenn möglichst nicht dort bauen weil dort wahrscheinlich irgendwie eine patrouille oder was dabei darf das waren aber auch vier oder fünf leute gell war ganz schön heavy da da ein rabbit papier rabbit ich will dich doch nur essen so kreist mich so mich austricksen ja jetzt gut gut hab ich wenigstens ein was zu essen wo war jetzt unser ding ist denn hier da ja weg hier scheiße da da rippes schön nein ins feuer hier 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 raus was ist was ist was ist ist ja toll ist ja toll jetzt haben wir noch so close ich glaub mit close und mit r r ich drück doch r ah ne ah da r nicht das r dann krieg ich doch einen jawohl ein molotov damit wir wenigstens ein bisschen was verteidigungstechnisch haben das ist wahrscheinlich unser ah ne das geht gerade oh jetzt hat gerade unser Eisen weg ich werde jetzt einfach mal sagen ich mach das jetzt mal alles ein bisschen einfacher ja getting started tutorial blutritts 2 2 bit structures in world 20 information und crafting combat and medicine das toll ja blablabla das müssen wir schon müssen wir schon shelters hunting shelter mal jetzt einfach mal ihn hier aber jetzt alles rein und baue hier außenrum defensive walls das kann ja nicht angehen hier dass wir gleich von anfang an sterben und ich weiß auch in irgendeinem boot in irgendeiner bucht hier an der insel gibt es eine gibt es eine flare gun nicht nur in der hülle drinnen aber bevor wir da hingehen müssen wir uns erstmal ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein leben und vor allem ein bisschen was an Nahrung beschaffen und allem gibt es ja eigentlich auch eine Möglichkeit Nahrung aufzubewahren weiß ich gar nicht muss ich mal gucken huch nein aufhören hallo hallo ähm jetzt mach grad seltsam na gut die texturen in dem baum sind auch noch nicht so die geilsten wenn ich den so hier abholze das erinnert mich einfach ein bisschen an Minecraft glücklicherweise aber ist halt kein komplette Designbox Game finde ich auch ehrlich gesagt gut so dass ich mir alles durch die Kante abbauen kann und mitnehmen kann weil sonst würde man glaub weiß ich gar nicht ob das so toll wäre sich dann hier in die Erde zu buddeln und sich dann irgendeine Base bauen würde wäre bestimmt auch nicht so toll da ist natürlich ein Baum auf uns drauf gefallen und Baumstämme ins Gesicht aber uns macht das natürlich nichts aus denn wir sind unsterblich wir haben ja auch schon einen Flugzeugabsturz überlebt bei dem Bäume ins Gesicht geflogen sind also würde ich doch sagen passt das alles halt halt komm ich dre dich rum so dass du wohl liegen bleiben mögen würdest achja so was ist der letzte oder liegen hier drüben noch welche hier drüben ist definitiv nur welche liegen hier aber zwei Bäume abgeholzt hier nicht noch einer und da oben liegen noch welche gut achso wir brauchen ja eh nur noch oder brauchen wir noch welche ja doch oder zwei brauchen wir noch genau da ist noch einer und da ist na gut da unten liegt noch einer aber den lassen wir jetzt erstmal dann würde ich sagen bauen wir uns gleich ein paar Defensive Boys daneben ach selbst brauchen wir noch Sticks Hätten wir auch gleich mitsammeln können 1 2 Stickers Stickers Juniors bitte was ich schon wieder für'n Scheißel habe ist der Wahnsinn der reinste Wahnsinn da noch einer hier noch einer und ich habe Schritte gehört oh Gott nicht schon wieder bitte nicht nein bitte nicht komm ich fache nicht lange komm ich fache nicht lange ich bin froh ich mich konzentrieren muss ja das war natürlich äußerst erfolgreich so jetzt ich habe keine mehr ich habe keine mehr ich habe keine mehr ja wohl ja kennen wir doch ne kennen wir nicht stimmt ja es ist ja immer noch der Bug na gut ich habe ja schon mal zwischendurch ein bisschen gespielt ist immer noch der Bug wenn man vom Molotow weg wechselt Geh aus jetzt ey wenn man vom Molotow weg weg wechselt dass man da selber einen ins Gesicht gedrückt bekommt dann anfängt zu brennen ich habe keine mehr ich brauche nur noch zwei Alkoholflaschen Mann 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 ey das war echt knapp jetzt ja genau man hüpft natürlich in die Luft und jetzt haben wir hier ein paar Körperteilchen ein da ist ein Arm da ist ein Stick hab ich gerade nicht irgendwas gefeilt hm seltsam aber wenigstens haben wir es denen jetzt erstmal gezeigt oder halt noch ein Köpfchen ich würde sagen es ist auch gleich Zeit für ein Effigy oder Effigy oder wie die heißen also hier so ein Vertreibe Vertreibungsdingen da hier von den Einwohnern also quasi ich steck dir ihre Körperteile auf 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 einen Stick oder auf einen Stamm und dann zünde ich das an und dann freuen die sich und rennen weg weil sie Angst vor uns haben was haben wir denn jetzt im Inventar wir haben einen Kopf leck leck ein gutes small effigy oder simple effigy dann machen wir mal ein small und zwar genau dahin zwei Köpfe brauchen wir noch komm ich esse erstmal was und dann schlafe ich und dann kann ich es sichern oh Gott also ich hab hab ich noch was ne ja ich nicht toll super darf ich mal noch was zu essen suchen da kann ich nicht erst schlafen gehen ja toll man kann also nicht bis in den Tag schlafen also man kann nicht schlafen bis es hell ist natürlich auch super so geht er weg Mann 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 was machen wir denn wenn die das nächste Mal kommen wir haben ja nichts mehr ist wir wieder in die Hülle zu dieser hässlichkeit und alter die Schiss vor denen ey ich hab sonst nicht so wirklich Schiss vor irgendwelchen Computerspielen aber das war echt mega gruselig muss man einfach mal sagen muss man einfach mal sagen die waren ja auch nicht gut wir hatten wir hatten keine wir hatten keine keine Health mehr also keine Gesundheit mehr deswegen hätte ich jetzt gerade gesagt die waren nicht so ohne aber das weiß man ja nicht vielleicht haben die auch noch mega wenig Damage gemacht und waren übelst schwach dass man quasi als erste Hürde da durch muss um dann erstmal Nahrung zu kriegen das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen Vogel geh weg so irgendwas hat er gebackt oder war es falsch oder was keine Ahnung oder wir waren einfach nur zu schlecht Rüstung Rüstung Ah da hast du Oh ne Hä Hä Ah da bestimmt noch leise sein Oh noch mehr LOL Lügen wir jetzt auch schon wieder ab Die kommen her Die kommen definitiv her Ich muss was essen Ganz schnell muss ich was essen Da ist mein Feuer Da ist mein Feuer Da ist mein Feuer Da ist mein Feuer Wo sind sie Komm schon Komm schon Gib mir Essen So Mann 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 Kann ja auch sein dass die jetzt von da oben kommen Ich muss erstmal die paar Köpkins noch finden hier Da liegt noch einer So ist der dritte gestorben Warum rollt er jetzt den Kopf durch die Gegend Ich muss einen Kopf mit ihm unter Das sind die Köpfe Nee das sind nur Andere Gliederungspunkte Ja genau das hat mir jetzt noch gefehlt Aus meiner tollen Stimmung So, wir können nur einen Kopf aufnehmen, oder wie? Tatsache, aber kann ich den wenigstens anhalten? So, jetzt habe ich den Kopf in der Hand und den Kopf im Inventar. Guck mal, das funktioniert jetzt. Ich hoffe, uns begegnet jetzt keiner, aber sonst haben wir nämlich ein Problem. Die kriegt Damage, ne, was macht die denn da? Was bräuchte ich denn jetzt noch? Sticks? 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 Tadam, sie haben uns gesehen. Ist das jetzt in ihr verdammter Ernst, dass sie jetzt dort langlaufen, ja? Komm, ich mach nur noch mal. Verpisst euch, ich will euch hier nicht. Ich will auch nicht mit euch handeln oder Freundschaft mit euch schließen, ich hasse euch. Geht weg. Ich hau euch Mordhaut auf ins Gesicht. Frieden? Nein? Stress. Gut, Stress. Komm schon, ich riske es. No risk, no fun. Äh, ja. Ach komm, wir haben noch einen. Haben halt kein, kein Ding ins Meer. Sicher. Genau. Wahrscheinlich. Der Spiel mobbt mich. Geht weg. Die Folge ist schon wieder rum. Mann. Kann ich denn eigentlich Pfeil und Bogen machen oder irgendwas? Warum kriegt der denn immer zu Damage? Was ist das mal, wenn ich mich umtue? Ja, Tatsache. Weggucken, 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 weggucken. Aber das komm ich noch nicht, besiege dich. Warum stehen die jetzt so zu 6 oder so vor meinem Haus rum, ey? Geht weg. Geht einfach nur. Woop. 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 Weg, geh du mehr da. Geht weg. It's ok. Wie sie einfach nur da rumstehen und nichts tun Wir haben auch keine Hobbys in dem Leben, ey Ohne Spaß Na komm, hier Na jetzt geht doch endlich Ich hab schon wieder Hunger Ach ja Das Spiel ist so toll Das ist der absolute Wahnsinn Und die Uweinwohner stinken Richtig hart Nach meiner Zahnfassfrau Und sie stehen einfach nur da rum Und habe ich noch was zu essen? Nein, ich habe nichts mehr zu essen Ich habe Rüstung Und dann würde ich einfach mal sagen Bis zur nächsten Folge Ich werde mal gucken Hoffentlich werden die jetzt nicht angreifen Bis zur nächsten Folge Und naja, bis der Ende Tschüss.